So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Die Aufnahme-Session könnte jetzt lustig werden, denn wir waren ja beim Fume Knight, beim Nebelritter, stehen geblieben. Und mit dem Nebelritter wollen wir uns ja noch weiter anlegen. Weil ich will erst versuchen, dieses DLC-Gebiet abzuschließen, bevor ich mich mit dem nächsten befasse. Ja, hier ist leider immer noch nur Ellie Stahlherz, kein anderer Spieler zu sehen. Ich sollte vielleicht mal die Regions-Restriction ausschalten. Ist sogar angeschalten. Okay, jetzt hat sie das erledigt. Oh, wir sind hier vorbeigekommen, ohne dass einer von den beiden gespawnt ist. Gut, nächste Taktik ist es, den Leuchtkäfer, den wir haben, zu benutzen. Dadurch machen wir halt mehr Schaden beim Fume Knight und eher weniger bei uns. So. Wow. Ja, genau. Ouch. Ja, wir müssen nur auf unsere Ausdauer achtgeben. Ja. Die ist nämlich jetzt ganz schön niedrig. Und wir sollten auf sein Schwert achtgeben. Genau, wenn wir das nämlich zum Blühen bringen. Wow, dass wir das überlebt haben. Da war die Ausdauer, alle. Okay, soviel zu der Taktik mit dem Leuchtkäfer. Versuchen wir es mal mit Taktik Nummer zwei. Wir werfen ein Menschenbild ein. Rasten kurz und beschwören jetzt sie. Nur sie. Das ist nämlich eine Taktik, die ich mir mal so durchgelesen habe, die vielleicht klappen könnte bei uns. Wenn sie nicht die Gegner spawnt. So. Wow. Da war schon mal einer. So. Er geht gleich auf sie los. Das ist gut. Sie hält wenigstens ein bisschen was aus. Und wir können einfach drauf kloppen. Ja, soviel dazu, dass sie was aushält. Au. Schlimm wird's, wenn er sie totgeprügelt hat. Aber es scheint zu klappen. Genau, prügel mal auf uns ein. Oh. Au. Das hat uns mehr wehgetan. Au. Wir leben noch. Jetzt nicht mehr. Na gut, die Taktik scheint ein bisschen zu funktionieren. Aber ich denke mal, solange wir nicht noch einen anderen Spieler dazukriegen. Nehmen wir einfach mal dich hier. Dann dürfte das definitiv einfacher gehen. Spieler sind nämlich in der Lage, sich zu heilen. Und da hat mir den jetzt gerade einer weggerufen und ich hab's nicht gesehen. Ne, der steht da rum und wartet. Rufen fehlgeschlagen. Spieler kann der Wehrspielersitzung nicht beitreten. Und das ist blöd. Gucken wir mal, ob er seinen Rufsymbol nochmal hinsetzt. Vielleicht können wir ihn dann nochmal versuchen zu beschwören. Wenn nicht, müssen wir es weiter mit ihr versuchen. Und vielleicht mal eine grüne Blume einwerfen. Habe ich eigentlich irgendwas, was Geschick steigert? Wille, Stärke. Ach, dann müssen wir halt mal mit Stärke versuchen. So, versuchen wir es nochmal mit Ellie Stahlherz. Und mit dem alten Pflanzenbeisern. So. Das ging voll auf mich. Ja genau, greift sie an. Nicht mich. Jetzt nimmt sie, der mich wieder zu viel Schaden. Wow. Wegrollen. Komm, ernsthaft. Au. Au. In ihrer Nähe bleiben ist keine gute Idee. Und sterben. Hm. Also entweder ich probiere es wieder alleine. Wobei mit ihr zusammen klappt das irgendwie besser. Noch habe ich ja genug Menschlichkeit. Aber der andere Spieler will leider nicht auftauchen. Und hier ist ansonsten auch keiner, der irgendwie Bock auf Koop hat. Weil ich könnte sicherlich mein Rufsymbol hier lassen und irgendeiner beschwört mich. Ziemlich sofort wahrscheinlich sogar. Wenn er mein Rufsymbol sieht. Oder auch nicht. Dabei hätte ich schwören können, dass mein Level passend ist für das Gebiet. Na gut. Rufen wir sie einfach nochmal. Karelian aus der Tiefe. Den lassen wir in Ruhe. Und gehen wieder auf den Fume Knight los. Und gehen wieder auf den Fume Knight los. Den Schwinger hätten wir lieber ausweichen sollen. Den auch. Jetzt geht er auf uns los. Und tötet uns. Jetzt brauchen wir uns wenigstens keine Sorgen mehr um die 2000 Seelen machen. Ich kann das wirklich jetzt so lange probieren, bis mal einer hier sein Dings hinterlässt, dass ich ihn beschwören kann. Was aber nicht so schnell wahrscheinlich passieren wird. Das eine Mal war jetzt Glück, aber der Typ ist halt nicht aufgetaucht. Neuer Versuch wäre halt wieder ohne ihn. Ja, also ohne sie. Und dann einfach versuchen, entweder die zweite Phase zu vermeiden. Das ist nämlich möglich eigentlich. Oder in der zweiten Phase auf Zweihand zu gehen. Weil das Schild bringt uns da eh nicht viel. Wir müssen den meisten Schlägen ausweichen. Da wir eben mehr auf Geschicklichkeit sind, getrimmt sind, als auf Stärke. Sollte das ja eigentlich möglich sein. Gut, versuchen wir es einfach mal. Sollte das ja eigentlich möglich sein. Den am besten von der Seite. Aus anpieksen. Genau. Ja, der Fume Knight, er ist schnell. Und genau, indem wir sein Schwert zum Leuchten bringen, können wir die zweite Phase von ihm vermeiden. Leider leuchtet sein Schwert nicht lange. Ja. Ja. Ja.